Ciao ragazzi, liebe Freunde des gepflegt Motorradzubehörs. Hier ist wieder euer Daniel von Hepco & Becker und heute auf dieser wunderschönen Aprilia SR GT 125 und hier zeige ich euch auch in diesem Video unser Zubehör für diesen tollen Maxirolle. Also bis gleich, bleibt dran! Ja, Aprilia hat mit der SR 125 GT einen wirklich tollen sportlichen 125er Roller auf den Markt gebracht. Von der Optik her sehr, sehr sportlich, also lehnt sich schön an das MotoGP-Bike irgendwie an und auch von der Farbgebung sehr, sehr sportlich. Also ein richtiger City-Flitzer. Aber was braucht man in der City? In der City braucht man natürlich auch noch Gepäckvolumen und da kommen wir ins Spiel. Wir haben für die SR 125 GT verschiedenste Top-Case-Lösungen entwickelt. Unter anderem einmal unser Alu-Rack, unser Easy-Rack für all unsere Hartschalen-Top-Cases, sei es Alu oder sei es Kunststoff, aber auch unser Mini-Rack zum Beispiel für das Soft-Gepäck, falls einem diese Hard-Cases nicht so gefallen. Wenn man das Ganze direkt in einem Set kaufen möchte, haben wir natürlich auch Sets mit unserer Journey-Serie. Da gibt es einmal den Träger samt Top-Case dazu. Entweder mit dem Journey 30 Liter oder aber auch mit dem Journey TC40, was es einmal in schwarz gibt mit dieser roten Blende oder auch, was sich hier bei dem Fahrzeug auch gut macht, in Silber und mit einem helleren Reflektor. Passt sich also wunderbar von den Farben hier an. Falls man jetzt wirklich unser Alu-Rack zum Beispiel nehmen möchte und aber auch wirklich Volumen generieren möchte, also ein großes Top-Case drauf haben möchte, dann ist es wichtig, dass man vorne das Gewicht noch ein bisschen erhöht am Lenker, das eben nicht zu Vibrationen führt. Da bieten wir dann auch noch Lenker-Gewichte an. Also, schönes Zubehör für diesen schönen, schönen Roller und ich sag jetzt Ciao und bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal und lasst mir einen Daumen hoch und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.